Wir sind in Vallecolid, in Nistadropia! Leute, ich habe es überlebt. Ich bin zurück. Ich bin zurück, wieder in Deutschland. Eieieiei. Ich bin nicht Spaß beiseite. Also, ihr seht, ich habe es halt überstanden. Es ist nichts schlimmer als in Kolumbien. Es war eine wundervolle Zeit. Und über die sechs Wochen habe ich mich ganz schön einkolumbianisiert. Und ich finde, es wird Zeit, dass ich mich wieder etwas eindeutsche. Also, gehen wir mal los, ne? Hier ist es kalt. Richtig kalt. In Kolumbien war es einiges wärmer. Aber, ich habe noch etwas übertrieben. So kalt ist hier noch möglich. Ich habe ein paar kleine Videos für euch vorbereitet. Nicht viel, aber es ist etwas. Warum ihr fahrt hier noch? Und ich werde nicht viel länger darum rumschwarten. Und euch gleich... Ich weiß nicht, warum ich mal da hingucke. Faszinierend. Jedenfalls geht es los. Ich zeige euch ein paar Videos. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt. Ein kleines hibernisches Feature. Und ja. Peace. Schaut dich an. du bist amart system. Ich freu dich. Ich mache jetzt noch ein Dinge. Im Kamin. Oh schnau. Wir treuen euch Nach и nach unten. Ah, pinch dich auch. Ich bin gerade auf dem Urstein, bin von Frankfurt zurückgefahren und vielleicht bis bald. Oh, dieser Mann macht Videos. Nein, Daniel! Bleib das! Bleib das! Bleib das! Bleib das! Bleib das! Bleib das! Das ist ein Prachtstück. Monströse Prachtstück. Trinitaria. 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 Trinitaria ist die wichtigste Pflanze der Welt, laut Ariane. Ich verstehe kein Wort Deutsch, deswegen kann ich sagen, was ich will und will ich nicht verstehen. Er war der Präsidentin von Kolumbien. Ja, sie? Ja. Okay. Also, Ariane will mal, dass ich die Texte lese. Ja. Sie? Sie haben sie? Ich verstehe nicht. Also, nichts. Äh... ja. Again. Ein neuer Text. No. Was hat den Impact von Taiwan auf dem? Also Leute, ich versuche jetzt die Tage noch ein paar Videos zu machen. Am Samstag werde ich zu Santa Marta gehen. Dann werde ich noch ein paar Videos machen. Schade, dass meine Kamera weg ist, weil ich sehr gerne euch die Bilder gezeigt hätte. Ich bin auch auf dem Berg oben. Leute, ich esse gerade irgendwas. Wie heißt es mit dir? 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 Arianna. Hey. Ich spreche mit dir. Wie heißt es mit dir? Ah, Tichardo. Tichardo. Ja. Ja. Ja, du solltest mich auf dem Bild haben. Willst du mich sehen? Nein. Ja. Ja. Garde und Eis. Unbedingt. Sehr lecker. Vestidos. Bitte, vestidos. Grüß. Grüß. Grüßes. Das ist mein Haus mit Freunde. Hier wohne ich. Das war ja. Ich gehe jetzt gleich zur Universität. Für mich. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal.